Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm Full Clip Edition. Wir... Nette Aussicht. Finde ich auch. Wollen wir rummachen? Einfach nur zwei harte militärisch gestellte Typen, die in einem Aufzug rumhängen und sich ihr Leid auf totale Heteroart von der Seele kuscheln. Das war ja ein nervöses Kichern. Entweder hat deine menschliche Seite den Witz kapiert oder deine Computerseite mag, wie ich in dieser Hose aussehe. Vielleicht auch ein bisschen von beidem. Hey, ich kann dir keinen Vorwurf machen. Ich bin einfach ein gutaussehender Mann. Ja. Heilige Scheiße. Die Gegend ist anders. Ihre Zellstruktur ist wirklich seltsam. Großer Gott, Sie haben die anderen Typen verstümmelt. Okay. Die ekligen Bastarde verstecken sich gern. Achtung, diese Wichsel sind schnell und clever. Okay. Aber ich bin schneller und cleverer. Vielleicht. Da. So, was haben wir denn hier noch so? Ah, Moni. Moni nehme ich doch immer gerne mit. Alles klar. Gut, wir haben neue Gegner, Leute. Wie es aussieht. Das ist schon mal interessant. Das ist schon mal. Oh. Easy. Easy. Er ist tot. Okay, jetzt sollte ich vielleicht die Waffe nutzen. Ich will halt immer C drücken, um mich zu ducken, aber es ist ja Steuerung, nicht C. Ich verpeil das immer. Das ist ein bisschen ätzend. Oh, da oben. Kurz warten. Okay. Habe ich es zum Explodieren gebracht? Ich glaube ja. Nein, habe ich nicht. Okay. Alles klar. Das war natürlich gerade super gespielt. Das war Aim von Weiß ich nicht. Ich bin der Aim-Main. So, was haben wir hier hinten noch so? Nichts. Keine Flasche, die ich kaputt machen kann. Okay. Okay. Das war gerade ein One-Hit-Wonder, Leute. Habt ihr es gelesen? Das war halt... Das war schön. Das war gerade ein richtig schöner Shot, finde ich. Jetzt hätte ich einen Namen für den Part. Mach schon. Gib mir ein Ziel. Oh nein. Nicht für die Schrotflinte, oder? Nee, dann lege ich lieber die... Nee. Ich weiß nicht, was ich weglegen soll. Kann ich mir die immer wiederholen? Ich hoffe, ja. Kann ich mal... Geh da lang. Ich kann die Kugel noch steuern, Alter. Bitte was? ins Gesicht. In die Eier. Oh. Unfall. Dass man die Kugel steuern kann, Alter. Wie OP ist das, bitte? Okay, ich glaube, ich kann mir meine Schrotze später wiederholen. Aber ich schätze, ja. Ich konnte sie ja kaufen. Ganz normal. So werde ich sie wahrscheinlich... Oh, hallo. So werde ich sie später auch wahrscheinlich wieder bei so einer Versorgungskapsel holen können, ausrüsten können. Dann haben wir noch die anderen Waffen, die wir da ausrüsten könnten. Also die eine andere Waffe, die ich... Ich dabei habe. Alle Final Echoes. Hier ist die Befehlshabende. Werde überrannt. Habe keine Munition mehr. Der letzte Bericht ist stundenher. Bestätigen Sie. Ich nehme sonst an, dass ich nur noch übrig bin. Ja, okay. Wenn Sie sie in die Finger kriegen, ist es aus. Ja, wir müssen uns beeilen. Ja, Mann. Ist hier unten? Irgendwas? Kann ich irgendwas machen? Oh, da ist die Versorgungskapsel. Nein, ich komme sogar an. Nice. Okay, wir haben jetzt die Snipe und wir können die Schrotflinte noch mitnehmen. Alles klar, okay. Das ist sehr gut. Ähm, wir könnten aus... Achso, das ist unsere normale Waffe. Die können wir auch, glaube ich, gar nicht ab... Ne, können wir nicht. Ja, dann lass... Oh, ich muss die Schrotflinte dann da weglassen eigentlich. Kapazitätsupgrade zweimal kaufen. Ein bisschen mehr Money reicht für den Sniper. Dann haben wir hier noch... Brauchen wir noch ein bisschen Money, ja. Ein bisschen Ladung kaufen. Können wir auch noch mal eine Ladung kaufen. Und dann sind wir eigentlich gut dabei, würde ich sagen. Alles klar. Kommen wir noch runter irgendwie? Ich glaube... Ja, gut hier. Ja. Hm, okay. Ach, du Scheiße. Die Drecksacke verdienen es ja. Aber trotzdem. Ja, ein bisschen heavy ist das schon hier, ne? Ich guck gerade, ob wir hier noch irgendwo eine Flasche sehen oder so. Die sind ja immer ganz gerne versteckt. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Das ist sehr gut. Hier ist eine Flasche. Wo muss ich denn lang? Muss ich da lang oder muss ich hier lang? Ne, okay. Hier ist nur ein Secret Way. Way. Secret Way. Alles klar. Und nach oben, okay. Easy. Es ist halt auch todes-easy, wenn man die Kugel noch leu... Äh, sch... Leuern. Hm. Ich will gar steuern und lenken verbinden. Wenn man die Kugel noch steuern kann. Das ist halt einfach. Todes. Einfach. Okay, ich hab ihn getroffen. Immerhin. Sonst hab ich hier keinen mehr. Alles klar. Okay. Dann gucken wir hier nochmal kurz nach, was wir hier noch so haben. Nichts. Okay. Lolek. Okay. Erstmal die Muni aufsammeln. Genau. Ach, schade. Ich dachte, ich triff ihn so. Und... Headshot. Ne, doch nicht. Aber er stirbt. Ja, er stirbt. Okay. Dann ist alles gut. Nach hinten. What? Hä? Der war doch drin. Der war doch dran. Was? Hä? Der war doch drauf. Der war drauf. Schlaf schön süßer. Schlaf schön süßer. Hm. Hm. Ohm. So, wo ist der nächste? Da ist der nächste. Der ist auch dahinter. Okay. Ach, scheiße. Das schiebt man am Weg. Kipps. Bestecken. Und... Da. Oh, kacke. Wo ist der jetzt? Ja, ist die... Ziel verloren. Ja. Darf ich mir. Da ist einer. Da. Snacken wir uns erst mit denen hier. Alles klar. Dann hier nach oben. Kann ich noch ein bisschen weggehen in Deckung währenddessen oder so? Nein, was? Ich will kurz nachladen. Okay. Okay, den snack ich mir jetzt hier noch. Bam. Loh. Das Rückstoß. Dahinter ist noch einer. Aber den kann ich mir nicht mehr holen. Da komme ich nicht an. Aber gut. Okay, hier ist nochmal eine neue Versorgungskapsel. Die brauche ich aber jetzt gerade nicht. Ja, der ist easy. Bam. Oh, mein... Mein Aim. Mein Aim ist on point heute. Okay. Viel zu tief. What the fuck? Okay. Kopfschuss. Da ist noch einer. LOL. Hätten wir doch drauf... Was? Der war doch drauf auf dem Kopf. Aber der. Alles klar. Okay, den killt Ischi. Kurz hier rein. Oh Gott. Mein Aim ist halt on point. What the fuck? Headshot. Okay. Ja, gleich. Ich will noch kurz die ganze Muni und so einnehmen. Okay. Muni einnehmen. Ja, klar. Äh, einsammeln. Mitnehmen. So. What? Ah, nice. Versorgungskapsel. Hello. So können wir hier schon... Nein, können wir nicht, schade. Die Ladung. Die bräuchte ich. Ich bin gar nicht überlegen. Warum kann ich die denn nicht irgendwie weglegen oder so? Ist so ein bisschen doof. Na, egal. Ladung habe ich noch genug. Hier bräuchte ich nochmal ein bisschen Muni. Das reicht. Und da sind wir Muni voll mit bei der Sniper. Oder fast voll. Das reicht auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwo eine Flasche oder so? Nee, ne? Ich glaube nicht. Zumindest sehe ich keine. Ich ziele halt viel zu niedrig. Oder? Sieht halt so aus, als würde ich ein bisschen treffen, aber auch nicht ganz. Guck mal her. Ach was? Guck mal her. Okay. Der ist toooot. Okay, wir sind alle tot. Da und noch was? Dann muss ich da vielleicht runter sogar? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich, 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 ist schon vorgelaufen. Alles klar. Ich kann hier gar nicht runter. Was? Haben wir hinten noch... Ja, da haben wir noch... Ah, Muni. Sniper-Muni, wie es aussieht. Okay. Haben wir hier unten noch was? Scheint nicht so. Alles klar. So. Boah. Gut, wir müssen hier nachgucken, während wir angeballert werden. Ich werde jetzt halt auch nicht die ganze Zeit die Sniper nutzen, weil das ist irgendwie langweilig. Okay, komm, steck doch mal. Okay, den haben wir. Hier ist noch einer. Geh mal weg. Geh mal weg. Digga, geh mal weg. Meine Güte. Okay, haben wir hier noch irgendwie Muni? Nein, okay. So, was hat man da? Erst mal kurz hier gucken, was hier so los ist. Schmeckt er nicht mehr. Schade. Da sehe ich auch nichts. Okay. Na, dann können wir gleich weiter. Hä? Okay. Flasche oder so? Irgendwo? Nee? Okay. Dann halt nicht. Nirgends ist hier eine Flasche. Gute Frage. Ich meine, ich suche jetzt auch nicht exakt nach diesen Sachen. Also nach den Flaschen und so. Aber ich glaube, jetzt kommt hier wieder ein Checkpoint? Nee, noch nicht. Wahrscheinlich erst, wenn wir runtergefahren sind. Schätze ich jetzt mal. Aber ich glaube, wenn der nächste Checkpoint kommt, beende ich sogar schon den Part. Ja, hier ist eine Versorgungskapsel und hier wird der Checkpoint kommen. Nicht? Okay. Ja, ah, okay. Ich kann hier jetzt endlich upgraden. Ladung freischalten. Ladung ab. Oh, kann ich nicht. Okay. Hallo, Final Echoes. Hier ist die Befehlshabende. Ich werde überrannt. Für Evakuierung zur Seranos Position vorrücken. Keine Rettungsversuche. Zahl der Gegner geht in die Hunderte. Gott, sie kommen zurück. Ich erwarte eine hübsche Trauerfeier. Nö. Kriegst du nicht. Verdammt. Na los, wir müssen weiter. Okay. Ich warte immer noch auf den... Ah, okay. Nächster Checkpoint, Leute. Das heißt... Es sind 16... 17 Minuten knapp. Okay, ich bende hier den Part. Ja, doch. Ist, glaube ich, ganz gute Zeit. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Auch die Drain. Okay. Yeah.